Intro Yo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir Und heute spielen wir eine neue Minecraft Map und zwar Welcome to find the button, mystery buttons Finden wir die mysteriösen Buttons, wer weiß es so genau Und start the game here Was ist dat? Map info Map info genau Map steht da Map info Patrick Meine Fresse ey Hey and welcome The map I am new to create maps What? This is my second map I have created Lach smiley You can see all my games maps So Okay Ähm ja Ja For YouTuber Sorry Gut Okay alles klar Wir starten die Kiste Was geht jetzt ab? Ähm Start the game here Also ich denke mal Da Sollen wir klicken Ich hatte recht So Und wir sollen die mysteriösen Knöpfe finden Was zur Hölle ist das? Das sieht irgendwie mega geil aus, oder? Das sieht doch mal nice aus, Digga Richtig Hammer Da machen wir erstmal Boah hier ist ne Hier ist ne Dusche, Digga Bisschen duschen Guck mal Dusch mal live, Digga Kann man schön duschen Richtig schön Hübsch Und Was ist das? Ein Pott Eine Toilette Was ist das hier? Das ist schon mal Sehr verdächtig Wenn hier so ne Ja so ein Ding ist Hier auch Und Hier auch So Okay Achtung Guck mal Hier Hier könnte man sogar Hochgehen Und ähm Ja wir sind quasi in einem Badezimmer Was ist das hier? Ich hab keine Ahnung Was ist das darstellen? So Ich glaub das sollen Klorollen sein oder so Was ist das denn hier? Ist das hier nicht ein Knopf? Ja aber das ist nur so ein halber Knopf Den sollten wir nicht finden Wo ist der mysteriöse Knopf? Der ist bestimmt da Jawohl Ich wusste es Weißt du Erstmal alles unten angucken Was ist? Wo ist er? Untere Decke Alles klärchen Meine Damen und Herren So Da haben wir ihn gekriegt Zack Ist der nächste Knopf hier auch Untere Decke Ne Sehe ich noch nicht Okay Wo sind wir jetzt hier? Ein Cake Cakey Okay Hier kommen wir anscheinend Nicht weiter Gut Alles klar Ja Das ist jetzt eine gute Frage Wo wir hier Den Knopf finden werden Also hier haben wir ihn nicht Hier haben wir ihn auch nicht Ähm Dam dam Ja So Das sind auf jeden Fall Hier so ein paar mysteriöse Buttons Also ich glaube ja irgendwie Da hinter den Hinter den Kuchen Ist irgendwo Ah Gucke mal Da ist was frei Sag ich ja Gucke mal Da habe ich doch schon wieder Den richtigen Riescher gehabt Nur müssen wir da Jetzt mal Eben einmal kurz ankommen Nice Haben wir geschafft So Level 3 Äh Bank Bank Maze Okay alles klar Ach du Scheiße Was zur Hölle Ist das hier bitte? Hilfe Hilfe Wo sind wir hier schon wieder gelandet? Ach du Scheiße Okay Time to Maze You Not Can See Ha 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 Ach du Scheiße Ähm Ei 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 Wie mies Ich kann die Wand nicht sehen Ich weiß nicht wo die Wand ist Uiuiui Gut Okay Jetzt sind wir drin Ah guck mal Hier ist der Knopf So Nice Da haben wir Das nächste Level geschafft Jetzt sind wir im Forest gelandet Und Ja Dieser See Ist mir ein Bisschen zu auffällig War auch so Hier war doch nichts Ich hab's mir schon fast gedacht Das sah nämlich Der war nämlich wirklich ein bisschen zu auffällig Dieser Haufen hier Mit Brettern hätte es auch sein können Ähm Dann gehen wir mal auf Kommen wir hier auf irgendeinen Baum rauf Auf den da Kommen wir wohl oder übel rauf Kommen wir da rauf Eigentlich schon Ja Sehr nice So Okay Ähm Hier kommen wir auch weiter Das ist alles so So gebaut Dass man hier hochkommt Hier ist doch was faul Hier ist doch was faul Hm Ähm Hm Wo könnte hier der Knopf sein Wo ist er wohl Hm Das ist jetzt wirklich ein bisschen mysteriös Hier Der Button Wo haben wir ihn Hallo Lieber Knopf Komm mal her zu uns Hallo Wo bist du Der versteckt sich Der Arme Der hat Angst Bestimmt Ich glaube wohl Angst hat Ich glaube Dass der Angst hat Der hat bestimmt ein bisschen Schieß So Was ist hier los Hier haben wir keine Knöpfe dran Das ist jetzt ein bisschen blöd Hier an diesem Baumstamm Der hier hat mir auch gerade ein bisschen Also ich wette Also ich wette hier irgendwo an diesen Bäumen Nicht nur ein bisschen blöd Was ist das für ein YouTuber Was ist das für ein YouTuber Ähm Raum eigentlich Ach du Scheiße Channel on TV Who you find the button Klick Oh Scheiße Das Nein Oh ne Wie mies Alter Ne Oh Scheiße Ey Scheiße Oh Oh Was ist hier passiert Lol Hä Wann ist denn das passiert Das habe ich ja überhaupt gar nicht mitgekriegt So Jetzt sind wir hier im Slender Forest gelandet Und müssen Den Knöpfe finden Ich hoffe Das klappt Weil das ist echt ein bisschen fies hier mit Slender Wir müssen das mal so spielen Das ist ein bisschen witziger Ne Spaß Ähm Äh Ja Sehr gute Frage auf jeden Fall Wo Ist hier der Knopf Also das ist jetzt wirklich mal ein bisschen mysteriös Weil Ich sehe ja wirklich nicht so viel gerade Hier ist das alles ziemlich dunkel Ziemlich dark Okay Hier haben wir einen Baum Hier ist er nicht dran Was ist das hier Okay Hier sind wir von Hier sind wir gekommen Okay Alles klar Dann gucken wir jetzt mal hier hoch So Hier kommen wir rauf Oh So Zack Hier rüber Hm Das sieht Was ist da Was ist hier denn Ach Hier waren wir gerade eben auch schon Alter Wie groß ist der Raum Okay Okay Er ist nicht größer als die anderen Level Nur das äh Ja Kleine aber feine Problem Da dran ist er jetzt Wir haben hier jetzt Upsala Unendlich Slowness Und so Und äh Ja Das wird jetzt ein bisschen spaßig Was ist das Was ist denn hier mit Hier wäre doch Der perfekte Ort gewesen Um so ein Button zu platzieren Obwohl das wäre wieder zu einfach gewesen Wahrscheinlich für uns hier Ja okay Da haben wir nix Oh Hier sind wir wieder am Start Wir müssen Wir müssen Wir dürfen auch nicht die Orientierung verlieren Das ist ganz wichtig Würde ich jetzt mal sagen Nicht dass wir jetzt 5000 mal dieselbe Stelle an Steuern Das wäre natürlich ein bisschen fail Also gehen wir jetzt hier mal hin So Oh Da ist der Button Nice Oh nein Oh nein Findest du den richtigen Button Ach du Scheiße Guckt euch das mal an Gut Wir können also einfach nur mal eben ein bisschen durchprobieren Wir machen das Ich würde sagen wir machen das einfach der Reihe nach Anders geht es ja nicht Also eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sechs Sieben Acht Da 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 Mal gucken ob wir jetzt Ähm Okay Alles Klar Hier haben wir glaube ich den Button nicht So Nochmal 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 Ja okay hier Ich glaube auf dem Fußboden ist er wirklich nicht Das ist ja Oh das ist ja mies ne Ist der nicht auf dem Fußboden Also kann der ja nur noch hier 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 Wahrscheinlich der letzte den wir drücken Das ist der Button Thanks for playing Was Lol Wir haben es geschafft Wie geil Ajo Se Ähm Ase Se Hier Map Gut Was War die Map Gut Natürlich Fünf Sterne Fünf Ist der Map 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 You played Ja Sagen wir mal Vier Vier Wow Thanks Ja Vier Vier Ist gut You are now in game And one Dann können wir nochmal hier so ein bisschen rumfliegen Und uns das angucken hier Und äh Ja Ist doch schick das Ganze Das War dann Quasi hier Die Map Was ist das denn hier eigentlich Ach gucke mal hier Das war der Slender Ding Okay Wo war denn hier nochmal der Knopf Der Knöppis Der war irgendwo Ach der war hier ne Da war er Ja 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 Die alten Fiesen Ich würde sagen Ich hab grad mal richtig Bock Wir machen Nochmal zum Abschluss Hier so ein Zum Abschluss Zum Abschluss Hier so eine kleine Explosion Übrigens ist das Texture Pack immer noch ein bisschen Verbackt Kann man mal sagen In der Version Wir spielen gerade in der 1.9 Irgendwie Irgendwie ist dieses Texture Pack ein bisschen hübsch Kann man sagen So Und jetzt lassen wir es mal richtig krachen hier Hallo Kann ich das nicht da Okay das kann man nicht da drauf setzen Gut dann machen wir das So So Und jetzt geht's ab Mit einem riesen Knall Und zwar In 3 2 Und ich hoffe euch hat's gefallen Wenn ja lasst einen Daumen hoch da Abonniert meinen Kanal Falls ihr es noch nicht getan habt Und wir sehen uns beim nächsten Video Hier wieder Macht's gut Haut rein Euer Freaks Schausern Outro Für you